Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute zu Creedfall, dem letzten Video dieser Staffel. Ich habe extra geschaut, ob wir uns eigentlich vor Weihnachten nochmal sehen und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen, denn um Weihnachten herum kommen dann von Creedfall, so ist aktuell zumindest geplant, auch Videos. Das heißt, ich muss euch noch keine frohen Weihnachten wünschen oder so, aber ihr wisst ja, nach diesem Video wird es mal wieder eine Woche Pause geben. In dieser Woche kommen dann Third Age und Europa Universalis. So, im letzten Part hat sich Aphra uns angeschlossen und wir werden jetzt hier mal mit der Hauptquest weitermachen und nach Magaswar erneut zurückkehren. Und ich denke, hier werden wir uns dann zu dem Digidensen-Lager aufmachen und damit wegen dieser merkwürdigen Frau, dieser Heilerin oder wie auch immer sprechen. Ja, mit Petrus reden wir immer noch nicht, auf dem sind wir noch sauer. Das werden wir mit Seat natürlich auch irgendwann mal angehen, aber ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen hier in dieser Hauptquest vorankommen und danach, wenn wir das dann erledigt haben, ich weiß ja nicht, wie lange das hier geht, werden wir, ach, das ist jetzt tatsächlich dieses Lager auch, okay, werden wir bestimmt auch mal danach mit dem, hier nach Neuserine gehen, um uns um diesen Aegon zu kümmern. Und wenn das erledigt ist, dann gehen wir hier nach Tierdopp, beziehungsweise reden auch mit Petrus und so weiter und so fort und machen das Ganze dann auf jeden Fall natürlich auch ganz klar. So, aber jetzt gehen wir erst mal in dieses Lager. Ich bin schon sehr gespannt, wie die da auf uns reagieren werden. Ich hoffe gut, denn wir haben ja zwar diese Kollegen da umgebracht, äh, nicht um, wir haben diese Leute besiegt dort, aber wir haben sie ja nicht umgebracht. Naja, okay, gut, wir haben den einen im Lager, haben wir einen getötet. Ähm, das war ein bisschen doof, aber ansonsten die anderen da außerhalb vom Lager, die uns da aufgelauten, ne, nicht aufgelauten, aber uns entgegengestellt, äh, gestellt haben sich uns, die haben uns nicht angegriffen. Oh, was ist das denn jetzt hier? Okay, toll, warum greifen die uns hier an? Ja, gut, kann ich jetzt auch nichts machen, wenn die uns hier angreifen. Okay, das ist ein bisschen, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Naja, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da rüber. Schleichen wir mal, um möglichen weiteren Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Oder ist wieder die eine da? Okay, die geht jetzt ganz da hinten hin. Laufen wir mal hier. Oh, oh. Außen rum. Laufen hier außen rum. Ah, okay. Ach, shit, jetzt müssen wir da durch. Da drinnen reden sie schon. Interessant. Wir verstehen zwar nichts, aber okay. Hoch. Ja, wir haben sie umgehauen. Oh, dass die in ihre Chefin, ah, okay. Oh, es kommt echt so ein Kampf. Okay, den haben wir schon erlegt, das ging aber recht schnell. Oh, okay. ok irgendwie fanden die das gar nicht cool ach da sind jetzt plötzlich noch mehr ok cool greift die uns da draußen jetzt noch an ne ok cool naja fanden die nicht so geil offensichtlich pech wo soll das jetzt sein ah hier oben mal in einem anderen gebiet interessant ja mich würde ja immer noch wahnsinnig interessieren ach hier sieht man es auch was wie wir da hinkommen weil da ist glaube ich zu das ist ganz komisch wie man da wohl hinkommt ja ich denke trotzdem so jetzt wo laufe ich eigentlich hin hier auf jeden fall nirgends das ist nicht richtig hier oder ja vielleicht kommen wir da hinten irgendwo raus hier gibt es ja noch mehr von denen haha gott zu dank sind wir da nicht lang gelaufen um da zu kämpfen oder so naja ok auf jeden fall haben wir jetzt freies geleit hier durch die stadt offensichtlich aber das war ja bullshit was ich hier gemacht habe das war ja echt doof bin ich einmal außenrum durchgelaufen naja egal draußen liegen die die wir schlagen haben ups ich bin echt am überlegen ob ich mal noch mal ganz kurz das noch mal testen soll ob wir da diesen einen weg denn jetzt noch lang laufen könnten oder was es damit denn auf sich hat ich habe übrigens noch keine verbesserung bei den waffen weil bei von unserer neuen kollegin hier durchgeführt oder so ich habe ein paar sachen verwertet aber da habe ich jetzt noch keine verbesserung gemacht das habe ich ehrlich gesagt vergessen jetzt möchte ich noch mal zu diesem einen lager der allianz und von dort aus der brücken allianz und von dort aus ist noch mal probieren reisen ist cool belagert das außenposten der allianz ja so jetzt sind wir hier jetzt möchte ich mal gucken ob es jetzt mittlerweile dann den weg gibt da hoch und wenn nicht dann machen wir uns eben weiter auf den weg würde ich sagen aber finde es ja ganz cool dass es neue gebiete entdeckt haben aber offensichtlich kommen wir jetzt hier durch weil dieser zugang plötzlich frei ist wie von zauberhand ja auch cool dann würde ich doch vorschlagen werden wir erstmal hier noch diesen bereich erkunden als da oben vielleicht was was weiß ich ab und zu mal gibt es bei sowas ja eine truhe oder so ne ok schade ihr seht mich enttäuscht so aber es gibt ein aufgaben platt hier mit zwei aufgaben sogar lager der brücken allianz ok vielleicht haben wir die aufgaben auch schon erledigt einer unserer auftrag vermisster sperr ist von einer erkundungsmission im wald im norden der region zurückgekehrt er versuchte ist nicht meine ich er versuchte ein lager der rebellen der eingeborenen aufzuspüren dieser sperr kommt aus einer guten familie und sie bieten eine belohnung für jede information die ihnen helfen könnte ihn zu finden ok und was haben wir hier auftrag eine gruppe verbrecher töten reißen sie sind auf der hut es wurden verbrecher beobachtet die um die wasserquelle im osten herumstreuen und ihr lager ist sicherlich in der nähe daher empfehlen wir dringend diese gegend zu meiden es sei denn ihr seid schwer bewaffnet wer diese bedrohung beseitigen kann erhält eine belohnung ich denke das hört sich doch nach nach coolen sachen für diesen part so ein bisschen an oder da haben wir nämlich dieses gebiet ja auch mal erledigt sage ich mal hier scheint es aber jetzt auch niemanden zu geben der großartig mit uns reden will oder ne eigentlich irgendwie nicht wir können mal noch da rein gehen ins lazarett hier jemand drin vielleicht ne wollen auch alle nicht mit uns reden sind alle stumm ok dann würde ich sagen nebenquests erkundung nee schmuggelwahl champion arena schmuggelwahl also missionen hier hinten sind die diese sachen mit der schädlingsbekämpfung haben wir auch noch im wald im norden der region dort und das andere ist was im osten herumstreuen wasserquelle im osten was nicht wohl hier irgendwo sind wir mal gespannt ob wir das finden wäre ja auf jeden fall ganz cool weil das gibt mir sicher da auch noch mal ein bisschen geld und wir können es ja brauchen nachdem ich ja im letzten part bisschen die kohle rausgeschmissen habe also was heißt rausgeschmissen waren ja durchaus sinnvolle investitionen aber ich weiß nicht wie es euch geht in solchen rollenspielen ich horte immer mein geld ist ganz grausam mache ich ein strategie spielen nie da haue ich es immer gleich raus aber hier habe ich irgendwie immer angst dass ich zwei sekunden später was besseres kriege und davor einen arsch voll geld bezahlt habe für irgendwas das halt unnötig war jetzt versteht ihr ja was ich meine gucken wir mal jetzt muss man eine wasserquelle im osten finden das ist auch nicht so ganz einfach da bestimmt nicht hier bestimmt auch nicht oh ne gegen die kämpfe ich jetzt nicht das ist doof ne 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 da kämpfer nicht da rennen wir weiter so ist die frage wie wir das finden boah ich kann mich halt auch nicht mehr wirklich an die region hier erinnern um ehrlich zu sein wasserquelle sieht es hier irgendwo nach wasser aus hören wir wasser und hier noch mehr so dumme viecher was ist da oben drin waren wir da oben drin mal es geht sterben ihr scheiß viecher komm so ok jetzt habe ich mich halt doch mal mit denen hier auf die hier eingelassen ausnahmsweise mal ok aber ich wäre eigentlich ganz froh wenn wir jetzt die ersten gegner gleich mal finden würden bei dieser wasserquelle im osten das ist halt eh eine saugenaue angabe ich weiß gar nicht mal waren wir da mal drin oder nicht oder höhle des wissens ich glaube wir waren da mal drin kann das sein ne ach da kommen wir gar nicht rein ja gut dann waren wir offensichtlich doch noch nicht da drin oder doch ach keine ahnung ich überlege gerade die ganze zeit wo hier denn eine wasserquelle ist oh je oh je wahrscheinlich wisst ihr es und schreibt ihr denkt euch die ganze zeit so ein depp da war doch ist sie doch warum läuft er da nicht hin aber ich blick es gerade nicht ganz so durch wie heißt die mission hier nochmal töte die gruppe von verbrechern ok wisst ihr was ich werde mal ganz kurz nebenbei eine runde google benutzen töte die verbrecher und dann creed fall so ne da findet man nix müssen wir halt weiter so ein bisschen suchen mal naja gut aber auf der anderen seite sowas gehört halt auch mal zu dem rollenspiel gell aber das ist doch definitiv osten hier oder bin ich komplett doof so und das andere war im wald im norden das könnte der wald hier sein sonst versuchen wir erstmal da unser glück ups wie heißt das lager hier nochmal lager des schwelenden flusses reisen wir da mal kurz hin lager des schwelenden flusses und los gehen da runter also das macht zumindest sinn hier oben macht es ja keinen sinn weil da ist ja dieses lager da ist ein wald das war doch steht auch im norden da gell wald im norden der region er versucht ein lager der rebellen der eingeborenen aufzuspüren kann ich mir vorstellen dass das hier ist irgendwie schon oder wobei so ein kranker wald ist das jetzt hier nicht gell ich finde es halt auch doof dass man da nicht so ein bisschen mehr sich markieren lassen kann sage ich mal finden wir hier hinweise ne tun wir nicht boah ist das doof das ist alles nicht so der hammer wald hier oder wald im norden fand ich die andere mission irgendwie ein bisschen detaillierter wie war das hier wasserquelle also ich meine gut wasserquelle macht hier schon ein bisschen mehr sinn die frage ist da eine quelle ne eine quelle ist hier nirgends ich meine könnte man natürlich auch noch als osten sehen hier aber eine quelle in dem sinne ist jetzt auch nicht hm sonst machen wir jetzt mal was ganz merkwürdiges und folgen hier einfach mal dem fluss wo der richtung westen führt aber vielleicht ja ist die angabe einfach nur dumm und wenn wir es jetzt in dem part hier nicht finden google ich nochmal und wenn wir es dann auch noch nicht wenn wir es dann immer noch nicht finden dann gibt es mich auch nicht so ganz aber hier haben wir eigentlich auch keine quelle in dem sinne oder und es sterft vielleicht in dem wald da unten also das wäre halt echt ein bisschen merkwürdig weil das hat mit norden relativ wenig zu tun ja komm leute abhauen hier ich habe keinen bock auf kämpfe grad schauen wir mal so diese mission sind jetzt auch nicht so mega wichtig um ehrlich zu sein ja vielleicht kann man hier mit jemandem reden oder so naja wir wollen irgendwie alle nicht mit uns reden vielleicht vielleicht da mord dunes wohnsitz der ist da oben vielleicht erfahren wir da was und wenn nicht dann google ich einfach nochmal dann tut es mir echt leid eure zeit verschwendet zu haben ähm ne mit dem können wir nicht mal schwätzen ja gut dann äh lassen wir das erstmal stecken hier und dann würde ich sagen reisen wir mal hier nach frasoneigat und gucken mal was was wie groß dieses gebiet ist ist ja auch ein neues gebiet ok das muss irgendwo ah da drü- oh gottes willen ist das wieder ein großes gebiet ok irgendwie ziemlich düster ja don't like that ähm sieht gefährlich aus hier aber vielleicht machen wir uns einfach mal in dem part noch hier in die richtung auf und sehen dann mal wie es in der nächsten staffel dann weiter geht können wir da runter laufen ne da geht es nicht lang wir müssen schon dem weg hier folgen wir können wir nicht drüber müssen wir da oben irgendwo lang da muss man ja balancieren können das können wir ja nicht sind wir nicht geschickt genug sage ich mal aber hier kommt jetzt auch gleich das erste fragezeichen ok ein fuchs ist ja nett ah hier ist das erste fragezeichen und hier können wir ein lager ausschlagen das machen wir natürlich auch gleich eins von fünf ah ja dann werden viele fragezeichen auf dieser region so ziemlich zu diesen dings gehören wie heißt es ähm zu diesen lagern gehören so ach hier hoch ähm ja liebe leute ich würde sagen in der nächsten staffel werden wir dann hier oh da gibt es glaube ich auch echt ordentlich quests und so werden wir uns dann mit dieser region hier beschäftigen werden mit dieser frau reden ähm und mal schauen wie wir da vorankommen ich bin ja jetzt gerade echt tatsächlich eigentlich ziemlich neugierig aber so ist es halt in den staffeln ich hoffe ihr auch tut mir leid dass wir da gerade eben nicht so gut vorankamen ich hoffe das ist nicht so schlimm für euch dann gehen wir in der nächsten staffel hier dann mal quests annehmen ich glaube hier gibt es dann schon auch ein paar ähm gucken mit der frau genau und erkunden natürlich auch dieses gebiet komplett ähm gibt vielleicht auch ein paar quests die uns hier lang führen und ich gucke dass ich vielleicht nochmal nach diesen missionen da äh nach diesen missionen hier nochmal google oder so ob wir die dann vielleicht doch finden und dann werden wir auf jeden fall eben diese sachen machen in der nächsten staffel dann mal gucken den wird hier unten befragen wegen dem egon äh mal schauen wie wir damit dann vorankommen und ja genau also bis dahin macht's gut ciao leute 2 3